Extrem, extrem. Weil alle wissen ja, wir hatten eine lange Pause gehabt. Ich glaube, war es jetzt ein halbes Jahr, glaube ich. Und wir leben ja für den Sport, für die Spiele. Und alle sind einfach heiß drauf für das Spiel, haben lange drauf gearbeitet, das ganze Jahr. Und ja, heute ist es einfach gut für uns. So wie ich bin. Wir gucken ja auf uns, machen unser Ding und danach mal gucken, wie es läuft. Bis zum nächsten Mal.